Ich bin der beste Fahrer ganz draußen, aber es wird so, ich habe die Straße. Hey, zurückst du mich irgendwie auf den... Es geht, zurück, zurück. Ich schaue links drauf. Warte, nirgends. Hier siehst du, das Böbeling aus der Frühe. Nein, du Arschloch. Du Arschloch. Wir haben Heli, Heli, Helikopter, Nachschub, Heli, 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 U-Boot, Heli, Straßenbahn, Heli, Hübi, ein Tank, sehr einfallsreich, Heli, 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 geil. Ich wüte, ich blute. Ja, abdrehen, abdrehen. Alles voll hier. Ja, fliegt weiter. Ich blute auch. Ja, fliegt, fliegt, fliegt weiter. Ich blute auch. Warte, ich hab die Lenker und ich fliegt bei uns. Drück uns da runter. Da liegt er. Verblutet. Mach runter hier. Lecker, lecker. Äh, südlich der Kopf. Weg mit ihm. Die Tau haben wir. Rauch, bin dran. Zerstört. Vergesst nicht, ne? Ja, gute Idee. Gute Idee. Haha. Ja, die Käpte. Ja, 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 ja. Schießweiler, schießweiler. Alles, ich reparier, ich reparier. Gute Idee. Hä? Motor? Motor vor uns. Da fährt einer. Da unten. Hä? Lol. Tatsache. Das ist ein Logi, oder? Keine Ahnung. Glaube. Jo, nice. Okay, fahr mal runter auf die Straße. Wir fahren runter auf die Straße. Scheiß drauf, wir fahren mal kurz weiter rein. Hast du schon? Fack, wo ist der so? Seh'n nicht, seh'n nicht, seh'n nicht. Ist doch dann still. Da ist er. Hab ihn. So, ich kann nicht mal weggeklettert. Da haben wir den Panzer gar gekillt. Ich hab den Logi auch noch. Voll, die sind auch tot. Aber ich glaub, der Panzer ist tot. Ich glaub, der Panzer brennt und den Logi daneben hab ich noch zerschossen. Dann brennt. Stellenblei... Ah, sorry. Jo, das war die Tau. Jetzt machen wir die Infanterie fertig. Wo war's denn ein bisschen geputzelt? Da war noch ein Sailor. Da lebt noch. Vor uns auch. Nehmen wir einen Raketen. Nehmen wir einen Raketen. Einfach Raketen drauf. Rechts, Logi. Logi jetzt. Fornos, Logi's fornos. Nein, erst. Nimm den Makله zack. Nimm den Makera. Jaja. Müssen nachladen, scheißer. Nimm die andere. So, da nimmt man einer, jetzt mach ich den Logi gleich, wenn ich nachgeladen hab. Oh, ist halt super heavy zu zielen, der fährt weg. Ja, wir hauen auch ab. Ich kann nicht. Okay, Logi ist weg. So, ich nehm jetzt noch die paar letzten Raketen und zimmer die hier rein. Warum stehen zu tief? Kann nicht wirken so. Okay. Okay, wir müssen nach oben. Oh. No, das war die Tau. Es sind zwei für unsere HAP, ja die sind bei der HAPO bei uns. Jo, einfach rein platzen. Dann gibt's Rockets in den Popo. Ja, wir stellen uns schön ran und dann haust du Raketen auf. Genau, einfach so bis. Ja, einfach in den Popo fahren. Einer, einer ist im Bunker. Dann hat er wahrscheinlich die Front zu uns, das sind wir da. Wir hören ihn, da ist einer. Da ist er vor uns, vor uns, vor uns. Gib ihm, gib ihm. Rechts ist der nächste, rechts ist der nächste. Scheiße. Ist er. Muss nachladen, muss nachladen. Gib ihm, gib ihm. Oh, da rafft es nicht. Was ist mit dem? Fahr einfach mal her. Ich ram ihn, ich ram ihn. Ich ram ihn. Oh. Ah, er brennt. Scheiße, das war nachher. Scheiße. Aber genau so muss das doch. Offentlich hast du es nicht so raus wieder, ne? Kann das sein? Nein, solltest du ihn trennen. Das ist doch bald. Das ist doch bald, das ist doch bald. Oh, da wird doch bald 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 bald. So, der Liste war наших, wir tue, bis nach die Liste war. Das ist doch bald 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 bald. Wissen, wir sehen uns. Ganz, ganz 아니�. Das ist doch bald bald. . Das ist schön. Ah, natürlich. Oh, irgendwie weg. Ah ja, das macht ein Kerl, wie lange kommen das in der Hand. Oh, das sah bestimmt so geil aus von außen. Vor uns, ich komm nicht so weit runter, vor uns im Fluss. Das kleine MRAP-Ding, oder wie das heißt. Ich weiß doch auch nicht, wie die heißen. Das ist Feind. Das ist Feind. Ja, Feind. Am Steinfeind. Da ist keiner von uns, wo du parkiert hast. Oh ja, ja, ich sehe nicht drauf. Das ist noch ganz viel. Das ist noch ganz viel. Ja, Feind. Am Steinfeind. Da ist eine POP. Da ist eine POP. Warte, anschließ nicht auf. Ich finde, es ist das Mario. Mal gucken, ob du es rein findest. Ich glaube, das steht genau daneben. Brennt das da? Oh. Warte. Keine Ahnung. Ich glaube, das ist genau daneben. Ich glaube, das ist genau daneben. Ich habe da wieder zufrieden. Das ist gut. Hier ist gleich der Munniahle, also so viele sind das.